Hallo, hier bin ich wieder, euer Lance. Wir beschäftigen uns heute noch ein bisschen mit dem Hippodrom. Und es könnte natürlich sein, dass das noch etwas längere Zeit in Anspruch nimmt. Das Hippodrom hat, wie ich gesehen habe, einen eigenen Schnellreisepunkt, den man erst später entdeckt. Also, wenn ich jetzt hier auf das Hippodrom gehe, erhalte ich aber nicht erst mal das Reiseziel, sondern komme in ein Submenü für das Rennen. Hierbei habe ich drei Auswahlpunkte, nämlich Turniere, ein Zeitrennen und eine Freundschaftsanforderung. Ehrlich gesagt, mit der Freundschaftsherausforderung, da habe ich noch keine Ahnung, wie das genau funktionieren soll. Da lassen wir uns mal überraschen. Na, das hat etwas gedauert, dass das reagiert hat. Da werden wir uns nicht wiederholen. Ah, das war wohl nichts. Oh! Was ist das? Also nur als Vierter ins Ziel. Versuchen wir es doch noch mal. Das war nur dieses eine blöde Eck. Das war nur das. Das war's für heute. Das war's für heute. Nein, mein Lenken ist nicht gut. Aber etwas haben wir uns verbessert. Wenn wir jetzt das nächste Mal drauf gehen, haben wir hier unsere Bestzeit. Aber wir müssen halt eins weiter, freigeschaltet bei einem Sieg. Also wir müssen einmal siegen, um dann weiterzukommen. So, wir müssen im Augenblick sehr Obacht geben, hinter uns sind Kopfgeldjäger her. Durch den einen Mord an der Schlange haben wir sozusagen diese Kopfgeldjäger aktiviert. Und die sind ganz schön heftig, wie schon mal. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Achtung! also der ist gefangen in einer kabine und hier habe ich aber dachte ich mir doch zu einfach dürfte das nicht da müssen wir uns durchkämpfen es kann doch nicht sein dass da nur wenige sind da 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 jetzt wird es interessant so zu sagen so na dann das ist ja locker so zu sagen so 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 … … … … … … Oh, mein Gott! Ich will nicht, dass ich mich in der Ausführung bin. Ich bin gut. Es ist gut. Es ist gut. Ich habe viele Menschen. Ich bin nicht mehr. Dura! Halt! Hä? Seit wann kann ich denn die nicht mehr angreifen? Das ist ja merkwürdig. Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Hey! Du bist tot! Halt! Scheiße, die Eingeweide raus! Hey! Wer bist du? Ich glaube, da draußen ist irgendwas. Pass auf! Da braucht jemand eine finale Abreibung. Was? Ich schlitz dich auf! Ich grüße mich. Ich schlitz dich auf! Gah! 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 Gütiger Amun, rette mich! Gütiger Amun, rette mich! Gütiger Amun, rette mich! Gütiger Amun, rette mich! Gütiger Amun, rette mich in Sicherheit, dann reden wir! Gütiger Amun, rette mich! 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 Okay. Jetzt hat das ausgelöst! Hat ein bisschen gedauert. Ich habe jetzt kein Krokodil in der Gegend gesehen. Wir werden noch sehen, was uns Unterwasser erwartet. Heifische? Ne, hier in der Lagune dürfen eigentlich keine Heifische mehr sein. Die verdammte Schriftrolle, Neck! Können wir da weiter schauen, was da... Achso, Apollodorus. Also mit Eiltaste kann man auftauchen. Wollen wir alles aber erstmal lernen. Sollte das eventuell so einfach gewesen sein? Was? Was ist das? Hier ist ein kostbarer Papyrus. Gut gemacht, Bayek. Ich sehe, du bist ein fähiger Mann. Jemand, dem ich vielleicht vertrauen kann. Leicht nach dem Einsatz. Die Schriftrolle war für den römischen Feldherrn Pompejus gedacht, um Rom auf Kleopatras Seite zu ziehen. Sie wird dir sehr dankbar sein, dass dieser Schriftwechsel weiterhin geheim bleibt. Sie ist auf meinem Anwesen, zu dem wir jetzt auch fahren. Wie passt Arya in diese Geschichte? Ihr fetter Phanus erzählte mir, dass sie auf den Tod einer gewissen Beute aus war. Und wie das Schicksal so spielt, hatte auch ich Grund, diese Beute zu töten. Als Arya Erfolg hatte, schritt ich ein, um sie zu schützen. Wir sind dankbar. Und wir müssen dir danken, dass du Eodoros eliminiert hast. Er war ein abscheuliches Individuum. Ich sollte dir sagen, dass ich neben Eodoros auch den Philakitei von Alexandria getötet habe. Gennadius. Gennadius? Ich bin sehr erfreut, dass er tot ist. Aber es könnte dir ernste Probleme einbringen. Die Philakitei sind eine verschworene Gemeinschaft. Und Mordlüstern. Sie werden dich mit Sicherheit jagen. Sollen sie doch. Darf ich fragen, warum du Eodoros tot wolltest? Wie du weißt, ist Kleopatras Bruder, Ptolemäus, zu jung und gefügig, um ein starker Anführer zu sein. Wir glauben, dass Eodoros die treibende Kraft hinter Ptolemäus war und für viele der aktuellen Probleme Ägyptens verantwortlich ist. So, wir müssen jetzt also Apollodorus weiterbringen, aber nicht mehr in diesem Stream. Also wir sehen uns im nächsten Stream wieder. Ciao!